ja da haben wir wieder so eine lage erwischt ich weiß sieht nicht schön aus so komisches geraffel aber genau das passierte leider auf den golfplätzen die sind ja schon super gepflegt alle aber wenn ich mal vom weg richtig abkomme dann komme ich in solche situationen oder positionen die muss ich aber auch irgendwie gebacken kriegen jetzt muss man die vielleicht auch mal trainieren und mal sagen was muss ich denn da vielleicht anders machen was muss ich überhaupt machen muss ich was anders machen als sonst ja theoretisch ja nicht viel ich meine was ich machen darf das schon mal ganz wichtig hier sind so viele tanzhaften so kleine die die mich da vielleicht stören die kann ich ja schon mal weg tun dass sie nicht meinen schlag zu sehr beeinflussen das ist schon mal ein bisschen was dann sieht das ja schon mal etwas etwas netter aus ja die lage ist wie sie ist dabei liegt so ein bisschen drin in so einem boden laub bisschen raff gefuchtel das ist ja so die situation sieht nicht so schwer aus die lage ist halt ein bisschen schwer das ist das einzige mit der lage muss ich irgendwie klarkommen das heißt spiele ich den jetzt mit dem sandwitch so als bunkerschlag so von oben voll rein weiß ich nicht ist nicht so mein ding ich bin dann eher so der der freund der dann gerne den gap wedge nimmt das ist zwischen pitching und sandwitch und dann würde ich den als so halben pitch halben chip spielen es kommt ja bei dem schlag darauf an dass ich gleich wenn ich schwinge ein einigermaßen vernünftigen treffmoment erziele auch wenn die lage so schlecht ist und da muss ich ja nicht bis zur fahne spielen heute die ich hörte immer ja ich bist erfahren und dann soll er liegen bleiben wie soll das denn gehen aus der lage geht nicht und ich habe ja glück ich habe ja hier nicht so viel im weg ich habe vorgrün das grün noch relativ weit platz also ich will ihn an von der kraft jetzt hier nur bis zum grünrand spielen weil der wird aus der lage immer noch trotz schrägen schläger relativ viel roll erzeugen das ist so das muss ich aber wissen ich muss planen also bis zur fahne völliger quatsch ich stehe ein bisschen schmäler nehmen den ball vielleicht ein bisschen nach rechts damit ich eben nicht fett schlage und muss so eine schwunggröße machen wie ich jetzt hier mache mein ziel ist natürlich am ende die fahne aber mein flugziel ist maximal grünrand also sag ich mal halbe distanz also ruhig stehen gucken noch mal und mich darauf konzentrieren dass ich am ball einigermaßen sauber am ball ankomme so wie wir sehen der ist viel besser rausgekommen als man dachte das ist auch so eine erfahrung die man sammeln muss die bälle kommen oft viel besser da raus man denkt im ort wird gar nicht fliegen doch 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 wenn ich den ball ein bisschen rechts habe ein bisschen von oben komme für die ball boden treffe da kommt sehr sehr gut raus also du musst viel mehr so troubleshot zu ganz verrückte lagen mal üben das mache ich im unterricht immer sehr sehr gerne und mir die lage noch so schlecht ist es geht beim golf immer darum kreativ zu sein eine antwort zu haben was muss ich vielleicht wie tun um dann nicht noch einigermaßen befreien zu können und das macht dann macht golf es richtig spaß natürlich macht spaß abschlaggrade nächsten aufs grün zwei platz ja aber das passiert ja nicht permanent sondern die anderen sachen diese sachen kommen ja öfter ist wenn du die besiegen kann sind kannst du auch nur besiegen wenn du sie auch mal trainiert und ihren plan zurecht legt dann kannst du das hinkriegen und dann macht golf richtig spaß